Passives oder aktives Investieren? Dividendenstrategie? Oder besser nicht? Der eine sagt so, der andere schwört auf das genaue Gegenteil. Wer sich auf der Suche nach einer geeigneten Anlagestrategie umfassend informiert, steht irgendwann vor einem ähnlichen Problem wie der Hodja Nasreddin in einer legendären Geschichte. Vor langer Zeit kamen zwei verstrittene Nachbarn zu Hodja Nasreddin, dem Waisen aus dem Morgenland, damit er ein Urteil in ihrem Streit fälle. Der erste trat vor den Hodja und legte ihm die Situation aus seiner Sicht dar. Du hast recht, sagte Nasreddin. Dann war der andere Nachbar an der Reihe. Als auch jener seine Argumente vorgebracht hatte, sagte der Weise ebenfalls, du hast recht. Hodja Nasreddins Frau, die alles mitbekommen hatte, sagte daraufhin zu ihrem Mann, du kannst nicht beiden gleichzeitig recht geben. Da entgegnete der Hodja, ja, du hast recht. Da streiten sich die Anhänger des passiven Investierens mittels Aktien-ETFs mit Anhängern des aktiven Investierens mittels Einzelaktien. Dann streiten sich wiederum Anhänger einer Dividendenstrategie mit Investoren, die so etwas ablehnen. Jede Seite hat ihre Argumente für die eigenen und gegen die Ansichten der anderen. Alle diese Argumente sind plausibel und verdienen ein, du hast recht von irgendjemandem. Doch kann niemand allen gleichzeitig recht geben und allen Ideen gleichzeitig folgen. Aber wer sagt denn, dass jeder nur genau einer Idee nachgehen darf? Passives oder aktives Investieren Die Möglichkeiten der Geldanlage, wie es sie heute gibt, haben sich erst nach und nach entwickelt. So mag die Idee des Indexing schon immer theoretisch die zu bevorzugende Variante gewesen sein. Nur waren die Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung nicht zu jeder Zeit gleich gut. ETFs, Exchange Traded Funds, gibt es in Deutschland erst seit knapp 20 Jahren. Und am Anfang waren es nur sehr wenige. Einige ETFs wurden aufgelöst, sodass man sich dann Ersatz suchen musste. Manchmal gibt es später aber auch einen besseren ETF als den, den man schon hat. Vielleicht auch irgendwann in der Zukunft eine ganz neue Art passives Anlageprodukt, sodass es sinnvoll ist, sein Investment auszutauschen. Siehe auch meine Artikel ETF-Auflösung in der Krise, wenn ja, was tun? Und, woran fast niemand denkt, die Langfristillusion von ETF-Sparplänen. Schauen wir uns andererseits das Investieren in Einzelaktien an. Auch hier haben sich die Möglichkeiten über die Jahre weiterentwickelt. Damit meine ich die vielen relativ günstigen Online-Broker und seit kurzem die ersten fast kostenlosen Anbieter. Außerdem hat man inzwischen über das Internet nicht nur leichten Zugang zu den einzelnen Jahresabschlüssen der Unternehmen, sondern bekommt diese Daten in diversen Finanzportalen übersichtlich dargestellt. Mein Lieblingsportal für die Aktienauswahl ist der Aktienfinder von Thorsten Tiet, denn dieser enthält sämtliche Fundamentaldaten und Bewertungskennzahlen, die man zur Auswahl langfristiger Aktieninvestments heranziehen sollte. Das Ganze ist grafisch so gut aufbereitet, dass es sich mit einem Blick erfassen lässt. So hat sich auch das aktive Investieren, vor allem die Art und Weise der Aktienauswahl, über die letzten Jahre verändert. Ein großes und gut gestreutes Depot aus Einzelaktien von soliden Unternehmen, die man über Jahre hält, ist doch auch fast schon passives Investieren. Wenn wir es genau nehmen, dann sind die meisten passiven Strategien nicht zu 100% passiv und die meisten aktiven Strategien auch nicht zu 100% aktiv. Wozu also streiten? Dividenden oder Wachstum? Über Dividenden werden die Aktionäre an den Gewinnen der Unternehmen beteiligt. Das ist die eigentliche Idee hinter den Dividendenzahlungen und so etwas ist doch gut. Was sind die Kritikpunkte daran? Die Dividendenrendite ist nur ein Teil der Aktienrendite. Die Aktienrendite setzt sich zusammen aus Kursgewinn und Dividendenrendite. Da die Dividende vom Kurs abgezogen wird, ist das linke Tasche rechte Tasche. Besonders schädlich ist es, wenn die Dividende den Gewinn übersteigt. In dem Fall wird sie aus der Substanz des Unternehmens gezahlt. Wenn das dauerhaft passiert, sinkt der Wert des Unternehmens und damit auch auf lange Sicht der Aktienkurs, und zwar um viel mehr als die Dividendenzahlungen. Auch wenn die Dividende aus dem Gewinn und nicht aus der Substanz gezahlt wird, fehlt dieses Geld möglicherweise für wichtige Investitionen und hemmt somit das Wachstum des Geschäfts, was sich wiederum negativ auf die Gesamtrendite auswirkt. Das sind alles berechtigte Argumente, sofern man unter Dividendenstrategie versteht, bei der Aktienauswahl ausschließlich auf eine möglichst hohe Dividendenrendite zu achten. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem man den innerhalb eines Jahres pro Aktie ausgeschütteten Betrag durch den Aktienkurs teilt. Hohe Dividendenrenditen kommen oftmals durch fallende Aktienkurse zustande und langfristig fallende Kurse bei einzelnen Aktien haben meistens einen guten Grund, zum Beispiel operative Verluste. Wenn eine Aktie heute 100 Euro kostet und eine Dividende von 4 Euro im Jahr ausschüttet, ist das eine Dividendenrendite von 4%. Wenn der Kurs sich nun halbiert, also auf 50 Euro fällt und weiterhin eine Dividende von 4 Euro pro Aktie gezahlt wird, liegt die Dividendenrendite bei sagenhaften 8%. Hohe Dividendenrenditen, für sich allein betrachtet, führen meistens zu mehr schlechten als guten Investments. Wenn man neben der Dividendenrendite jedoch darauf achtet, dass das Unternehmen über lange Zeit die Gewinne steigert, einen nicht zu großen Teil des Gewinns ausschüttet und auch diese Ausschüttungen jeweils passend zum Gewinnwachstum anhebt, ist das eine sehr gute Lösung. Warum soll denn nicht beides gleichzeitig funktionieren? Dividendenzahlungen, sowohl Dividendenzahlungen als auch Wachstum. Ein Effekt von Unternehmen mit einer sehr strengen Dividendenpolitik besteht darin, dass die Manager besonders diszipliniert und kostenbewusst sein müssen. So etwas wirkt sich eher positiv auf das ganze Unternehmen und damit auch auf die Aktie aus. Dividendenzahlungen sind besonders bei bereits sehr großen Unternehmen sinnvoll, die nicht mehr überproportional wachsen. Dann ist es besser, das Geld den Aktionären zu geben, als es brach liegen zu lassen. Ein weiteres Argument für Dividenden besteht darin, dass sie ein passives Einkommen darstellen. Wenn man ein breit gestreutes Depot aus guten Dividendenaktien hat, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausschütten, lässt sich so nach und nach eine Art Zweitgehalt oder Zusatzrente für später aufbauen. Nun könnte man auch wieder mit dem linke Tasche-rechte Tasche-Argument kommen und sagen, dass man stattdessen einfach Anteile verkaufen könnte. Aber das geht eben nicht genauso gut. Zum einen können nur ganze Stückzahlen verkauft werden und das kostet Transaktionsgebühren, zum anderen schwanken Kurse in der Regel viel stärker als Dividendenzahlungen. Und wenn man zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkauft, reduziert man sein Kapital zu sehr und beschneidet damit sein künftiges Zusatzeinkommen. Die steuerliche Sicht Steuern sind immer wieder ein beliebtes Argument, warum die eine Vorgehensweise besser sein soll als die andere. Lieber keine Ausschüttungen, denn darauf zahlt man dann gleich die Kapitalertragssteuer und andernfalls fällt sie erst später an. So kann das Geld bis dahin aufgrund des Zinseszinseffektes besser arbeiten. Manchmal werden dazu noch schöne Hochrechnungen oder als Kurven dargestellte Wertentwicklungen gezeigt. Das ist alles nicht schlecht, aber die Wirklichkeit kann doch anders aussehen. So werden in diesen Hochrechnungen durchgehend die heutigen steuerlichen Rahmenbedingungen angesetzt. Steuerliche Regelungen bei der Kapitalanlage haben sich aber im Laufe der Jahre schon öfter geändert und es wird immer wieder Änderungen geben. In den meisten Fällen wird es dadurch nicht besser, sondern schlechter. So kann es durchaus passieren, dass die jahrelange Steuerstundung, zum Beispiel bei thesaurierenden ETFs, über die wir uns heute so freuen, später kaum noch Vorteil bietet. Wie am besten anfangen So wie du es als richtig empfindest und es dir durchzuhalten zutraust. Ein absolutes richtig oder falsch gibt es sowieso nicht, sondern nur ganz viele Meinungen. Zu jedem Aspekt lassen sich sowohl Argumente dafür als auch dagegen finden. Ich habe hier nur einen kleinen Ausschnitt wiedergegeben. Darüber hinaus gibt es jede Menge wissenschaftliche Studien, aber was nutzt der tollste Beweis darüber, was die beste Strategie ist, wenn sie einfach nicht zum Investor passt? Was die beste Strategie für dich persönlich ist, erkennst du erst durch Ausprobieren. Du wirst sowieso Fehler machen. Deshalb ist es besser, das Investieren bereits mit kleinen Summen zu beginnen, denn dann hält sich der Schaden in Grenzen. Leg dir zum Beispiel einfach mal einen kleinen ETF-Sparplan an oder kaufe ein paar Einzelaktien. Nur so wirst du erfahren, wie sich das anfühlt und nur so kannst du das Prozedere lernen. Eröffne dazu ein Depot mit sehr günstigen Konditionen, damit die Gebühren nicht überproportional hoch sind. Trade Republic ist momentan der günstigste Broker, allerdings nur mobil über Smartphone oder Tablet benutzbar. Ansonsten kannst du zum Beispiel den verlinkten Depotrechner als Entscheidungshilfe verwenden. Für den ersten ETF-Sparplan bietet sich ein breit gestreuter globaler Aktien-ETF an, zum Beispiel über den MSCI World oder den FTSE All World Index. Überall wird gesagt, so etwas sollte mindestens 10 bis 15 Jahre laufen. Das ist deshalb so, weil es unwahrscheinlich ist, dass sich solch ein Investment nach diesem Mindestzeitraum im Verlust befindet. Trotzdem hast du jederzeit die Möglichkeit, es dir anders zu überlegen. Denn du kannst den Sparplan beliebig ändern oder stoppen und völlig frei über darüber gekaufte Anteile in deinem Depot verfügen. Selbst im ungünstigsten Fall können die Verluste nach kurzer Laufzeit eines kleinen Sparplans noch nicht so groß sein, dass es existenzbedrohend wird. Soll es ein ausschüttender oder thesaurierender ETF sein? Der Vorteil von Ausschüttungen besteht darin, dass sie sehr motivierend sind, weil sie allmählich wachsen. Das hilft durchzuhalten, auch wenn die Kurse und damit der Gesamtwert der Investitionen zwischenzeitlich fallen. Der Nachteil von Ausschüttungen besteht darin, dass man sich selbst um deren Wiederanlage kümmern muss, sofern man vom Zinseszinseffekt profitieren möchte. Bei thesaurierenden ETFs passiert die Wiederanlage automatisch. Tipp! In der ETF-Suche des Portals JustETF kannst du gezielt filtern. Auch danach, welche ETFs bei den einzelnen Depotentbietern im Sparplan verfügbar sind. Du kannst es bei einem Sparplan über einen globalen ETF belassen und hast damit bereits ein gut gestreutes Aktieninvestment. Wenn du möchtest, kannst du mehr als nur einen ETF besparen, zum Beispiel zur Minderung der Schwankungen noch einen Anleihen-ETF hinzunehmen oder verschiedene Aktien-ETFs über einzelne Regionen. Aber vielleicht magst du ETFs überhaupt nicht, denn auch wenn sie rational gesehen mehr Vorteile als Nachteile bieten, sind sie immer noch ein Produkt der Finanzindustrie. Vielleicht gefällt dir auch der Gedanke nicht, dass du mit ETFs automatisch auch in Unternehmen investierst, deren Aktien du sonst nicht kaufen würdest. Vielleicht beschäftigst du dich einfach gern mit den einzelnen Unternehmen. Dann spricht nichts gegen direkte Aktieninvestments. Lerne dafür, die notwendigen Daten zu interpretieren, damit du die guten Unternehmen von den schlechten unterscheiden kannst. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Es gibt inzwischen eine Menge Videos und Blogartikel mit Einschätzungen zu einzelnen Aktien. Die kannst du als Inspiration verwenden. Damit meine ich nicht, dass du einfach nachkaufen sollst, was dort vorgestellt wird. Du kannst dir jedoch an diesen konkreten Beispielen ein Bild davon machen, wie man in der Praxis bei der Aktienauswahl vorgehen kann. Eine Fundgrube ist dafür zum Beispiel der YouTube-Kanal zum Aktienfinder, dem vorher von mir erwähnten Finanzportal. Auch über Einzelaktien lassen sich Sparpläne anlegen. Eine besonders umfangreiche Auswahl an sparplanfähigen Aktien bietet die Consorsbank. Als Alternative dazu lassen sich bei Trade Republic bereits kleinere Positionen von Einzelaktien kaufen, weil dort maximal 1 Euro Gebühren pro Order anfallen. So kannst du dir auch mit kleinen Einzelkäufen nach und nach ein gut diversifiziertes Depot aufbauen. Wer es absolut nicht lassen kann und fest daran glaubt, kann auch die Levermann-Strategie oder andere Quantinvesting-Methoden ausprobieren. Zu diesem Thema hatte ich bereits einen extra Artikel geschrieben. Quantinvesting ist ein zweischneidiges Schwert. Nützlich und gefährlich zugleich. Vergiss nicht, dass das Geld, das du investierst, vorher verdient werden muss. Oftmals ist es sinnvoller, zuerst mehr Energie in die Einnahmenseite zu stecken, als zu versuchen, seine Investments zu optimieren. Mein Fazit Sich zu streiten, welche Methoden die besten sind, macht überhaupt keinen Sinn. Denn für jeden bedeutet die beste Anlage-Methode etwas anderes. ETFs, beziehungsweise ETF-Sparpläne und Einzelaktien schließen sich nicht gegenseitig aus. Ich persönlich investiere cashflow-orientiert zum größten Teil in gute Dividendentitel, die ich versuche, relativ günstig zu bekommen. Also im Grunde genommen ist es Value-Investing. Außerdem bespare ich mehrere ETFs. In beiden Fällen praktiziere ich Buy-and-Hold, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Manchmal ist es nämlich sinnvoll, im Aktiendepot auszumisten. Das hatte ich bereits ausführlich beschrieben unter dem Titel Aktiendepot aufräumen, neuen Müll vermeiden, Rendite erhöhen. Nebenbei betreibe ich mein Echtgeld-Experiment zur Levermann-Strategie und andere kleine Versuche, wie zum Beispiel zum Immobilien-Crowd-Investing oder Lego-Investment. Das sind allerdings nur Spielereien zum Ausprobieren. Buchempfehlungen Ich beschränke mich hier auf drei Autoren. Denn wenn man diese drei gelesen hat, ist man schon ziemlich vielseitig informiert. Ein Vertreter des passiven Investierens ist Gerd Kommer. Sein Buch, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, ist hierzulande das Standardwerk zum passiven Investieren. Ich habe es gelesen und es hat mir sehr gut gefallen, denn es ist so systematisch und sachlich, wie es nur geht. Es gibt eine abgespeckte Variante davon, und zwar Souverän investieren für Einsteiger. Dieses Buch habe ich nicht gelesen und kann auch nicht sagen, ob es wirklich für alle Einsteiger in dieses Thema geeignet ist. Das Inhaltsverzeichnis macht auf mich den Eindruck, dass alles Nötige besonders einfach und anschaulich erklärt ist. Zum Investieren in Einzelaktien kann ich der Börse einen Schritt voraus im Original One Up on Wall Street von Peter Lynch empfehlen. Das Wichtigste, das ich daraus gelernt habe, ist, dass es sechs verschiedene Kategorien von Unternehmen und damit auch Aktien gibt, für die bei der Bewertung unterschiedliche Maßstäbe gelten. Stellvertretend für Dividendenstrategen möchte ich Cool bleiben und Dividenden kassieren von Christian W. Röhl empfehlen. Daraus kann man ziemlich alles lernen, was zu einem guten Dividendeninvestment gehört. Außerdem ist es in einem sehr lockeren Stil geschrieben, sodass es auch noch Spaß macht, es zu lesen. Alle genannten Quellen verlinke ich im Text.